Les Schüler, les Älteren, die Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich auf einem Konzert des Lauriers vom Schuljahr 2019-2020. Es war ein außergewöhnliches Schuljahr. Ab März, als man durch den Virus einen Unterricht immer und neue Situationen adaptiert, und sie beantragt, mit wehengen Durchhalte von Menschen als Schüler, sich nicht zuhörig gelassen, mit Fried, Musik und Tanz weiterzumachen. Es war ein großer Merci an alle Verantwortlichen, die dazu beidrehen, dass wir an diesen Zeiten gute Konditionen weiter schaffen können. Der Gemengen ist danach an die konventionierten Gemengen, dem Minister, an natürlich den Anseignungen, an auch ihr Älteren für das Encouragement an der Ausdauer. Kultur, Musik und Tanz leben von mattenen Teilen auf 50er Teilen. Der Konzert des Lauriers ist ein ewiges Highlight, wo ein bester Schüler hier können, ihr zu matten Teilen. Doch wir sind nicht sehr hoffentlich, ihr können als Laurier den Überdessen an das man eher zuweisen. Aber auch Ihnen ein Merci für Ihre Leistung auszudrücken, an dem wir Ihnen das Abnehmen an möglichen tun. Hier auf dem Trifolian ein großes Merci für die ganze Hölfe, die lässt sich an ganz die Oren. Auch wenn Sie heute nicht für ein großes Publikum hier im Trifolian spielen können, als Laurierinnen spielen für euch alle hier draußen. Wir werden ein schönes Souvenir machen von diesem speziellen Event. Ich wünsche Ihnen allen ein ganz schönes Konzert von der Laurier vom Schuljahr 2019-2020. und dann geht's und dann noch ein bisschen an das kannst. Und dann ist uns ein schönes Konzert von der Kanzler. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Zahnkönig in Gefahr von Emel Ben-Abu Es war einmal ein Zaunkönig Eines Tages flog der Zaunkönig durch die Wolken Dann wurde es Nacht Und in der Nacht kam ein Wolf Der wollte den Zaunkönig fressen Doch dann kamen aus dem Nichts viele bunte Kolibris Die piksten den Wolf am Kopf Am Bauch Und am Po Und der Wolf lief winselnd davon Der Zaunkönig und die Kolibris feierten ein Fest Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Endlich Nacht, kein Stern zu sehen Der Mond versteckt sich Denn ihm klaut vor mir Kein Licht im Welten mehr Kein falscher Hoffnungsstrahl Nur die Stille und in mir Die Schattenbilder meiner Qual Das Kron war golden und der Himmel klar 1617, als es Sommer war Wir lagen im Flüster Wir lagen im Flüsternden Gras Ihre Hand auf meiner Haut war zärtlich und warm Sie ahnte nicht, dass ich verloren bin Ich glaubte ja noch selbst daran, dass ich gewinn Doch an diesem Tag geschah's zum ersten Mal Sie starb in meinem Arm Wie immer, wenn ich nach dem Leben griff Blieb nichts in meiner Hand Ich möchte Flamme sein und Asche werden Und hab noch nie gebrannt Ich will frei und freier werden Und werde meine Kette nicht los Ich will ein Heiliger oder ein Verbrecher sein Und bin doch nichts als eine Kreatur Die griecht und lügt und zerreißt muss Was immer sie liebt Jeder glaubt, dass alles einmal besser wird Drum nimmt er das Leid in Kauf Ich will endlich einmal satt sein Denn der Hunger hört nie auf Manche glauben an die Menschheit Und manche an Geld und Ruhm Manche glauben an Kunst und Wissenschaft An Liebe und an Heldentum Viele glauben an Götter verschiedster Art An Wunder und Zeichen An Himmel und Hölle An Sünde und Zugend Und an Bibel und Behehr Doch die wahre Macht Die uns regiert Ist die schändliche, unendliche, verzerrende, zerstörende Und ewig und stillbare Gier Euch Sterblichen von Morgen Prophezei ich heut und hier Bevor noch das nächste Jahrtausend beginnt Ist der einzige Gott, dem jeder dient Die unstillbare Gier 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020